Hi! Und auch heute eine Botschaft, eine Liebesbotschaft an dich. Konzentriere dich an einen Herzensmenschen und dieser Herzensmensch hat romantische Liebe für dich. Amorsfeil hat getroffen. Also das heißt, der hat Gefühle für dich und romantische Gefühle. Und ja, er fühlt es auch, dass du jetzt an ihm denkst und ja, er fühlt ja auch diese besondere Energie zwischen euch. Also er hat es nicht geplant. Also er hat sich einfach in dich verliebt. Und vielleicht hast du dich auch in ihm verliebt und diese romantische Liebe ist beruht auf Gegenseitigkeit. Ja, öffne dich immer mehr dafür. Sag dir das. Genieße diese romantischen Gefühle und hab einfach einen wundervollen Tag.